Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College vorbeischaust oder reinhörst. Heute möchte ich versuchen, mich mal ganz kurz zu fassen und euch mal über jetzt 25 Jahre Berufserfahrung, vor allem im Supply Chain Management, vor allem im Supply Chain Planning Umfeld, mal innerhalb von fünf Minuten, vielleicht maximal zehn Minuten, mal ganz kurz die Basics mitzugeben, auf die ihr achten solltet, wenn ihr zum ersten Mal zum Beispiel eine Führungsfunktion, Teamleitung, Abteilungsleitung zum Beispiel im Supply Chain Planungsumfeld übernommen habt. Sei es in der Fabrik, in der Vertriebsgesellschaft, in der zentralen Funktion spielt gar keine Rolle. Und ja, wenn ihr für die ganz, ganz großen multinationalen Konzerne, für die ich auch mal gearbeitet habe und bei denen ich sehr viel gelernt habe, wie Unilever, Carlsberg, Procter Gamble und mal so ein paar ganz große Nestle und so weiter zu nehmen, gerade die Konsumgüterunternehmen sind da oft meilenweit in anderen Industrien und Unternehmen voraus, dann seid ihr wahrscheinlich schon über diesen Schritt, wobei in vielen kleineren Organisationsanheiten in den Großkonzernen ist auch nicht immer alles so Gold, was glänzt und man denkt, man ist weiter, als man wirklich ist, wenn man mal wirklich in die Orga reinschaut. Und wenn ihr aber irgendwie bei einem kleinen mittelständischen Unternehmen ein paar hundert Millionen aufwärts oder auch mal zwei, drei Milliarden Euro Jahresumsatz und, und, und arbeitet, dann könnte das jetzt relevanter sein für euch. Ich bin gerade dabei, einen Vortrag vorzubereiten, weil ich ein Keynote an der Supply Chain Planungsveranstaltung eine kleine Konferenz halten darf. Und neben all diesen modernen, transformativen Sachen versuche ich immer wieder, wenn ich irgendwo mal vorsprechen darf, ob es bei mir im eigenen Unternehmen ist oder eben auch auf einer Bühne mit meinem Netzwerk, sage ich mal, dann falle ich immer wieder zurück, Leute, lasst uns die Basics richtig machen. Denn ohne die Basics, ohne die richtige Basis, die richtige Baseline, wie auch immer man sagen mag, habe ich gar keine gute Absprungbasis, um dann die ganzen modernen Dinge, über die die ganzen Thought Leader heute schon reden, zu implementieren, dann scheitert das sang- und klanglos. Jetzt schon wieder viel zu viel Vorgequatsche. Steigen wir nochmal ein. Ich gebe euch jetzt zehn Punkte, zehn Punkte mit, die ich als absolut mandatory, essentiell, wie auch immer, halte. Und erst wenn ihr die im Griff habt, könnt ihr euch mit künstlicher Intelligenz und, und, und modernen Organisationsformen, was auch immer, beschäftigen. Und zu den meisten, und ich glaube zu allen sogar, gibt es auch Detail-Content hier auf dem Supply Chain College. Und wenn ich, oder wenn ihr es nicht findet, kommentiert doch mal. Auch wenn ihr nicht zustimmt, kommentiert bitte auch. Ich lerne ja auch gerne täglich dazu. Und wir können auch hier und da mal, gemeinsam in einem Podcast oder noch mal in einem Einzelvideo oder Beitrag, den einen oder anderen Punkt ausschmücken. Fangen wir an mit Punkt Nummer eins. Punkt Nummer eins, sagen wir mal so, die Reihenfolge spielt fast keine Rolle, aber Punkt Nummer eins für mich, ich habe es mal auf Englisch auch geschrieben, weil ich halte den Vorderen auf Englisch, Balanced Scorecard Approach. Klassische Vier-Felder-Matrix. Was mir da ganz wichtig ist, People Process, dann kommen ja so ein bisschen die Customer KPIs und dann die Financial KPIs und Performance. Aber People Process, also die ganze Mitarbeiter, Performance, Weiterbildungsperspektive und dann die interne Prozessperspektive, die ist absolut essentiell. Vergesst KPIs zu verbessern. Das heißt, was ich damit sagen will, kümmert euch um eure Mitarbeiter, komme ich gleich nochmal drauf, um euch selber natürlich auch und kümmert euch um eure Prozesse und die Tools, entwickelt es permanent weiter. Dann, und ich sage das so ein bisschen auf Englisch, People Process is Leading Indicator, Fokuspunkte wichtig und dann die KPIs sind dann für mich ein bisschen jetzt sehr frech, provokativ der Lagging Indicator, die kommen dann, that comes naturally, habe ich geschrieben, ja auf meiner englischen Folie und oftmals auch mit einem Zeitversatz, manchmal auch ein Jahr, zwei zu spät oder später als gedacht, weil ihr immer wieder dran arbeiten müsst und wenn die Grundlagen nicht da sind, schafft ihr gar nicht die Verbesserung, die ihr versprochen habt oder die ihr liefern müsst, als Führungskraft zum Beispiel. Zweiter Punkt, das ist ein super simpler Punkt, aber arbeitet mit Lost Trees, mit Verlustbäumen, das habe ich schon ein paar Mal hier gesagt, auf dem Supply Chain College, wie oft passiert es mir, dass man irgendwelche Kennzahlen anguckt, ja eine Zahl ist zu klein, eine Zahl weicht zu sehr ab oder was auch immer, man liegt neben einem Ziel, aber keiner guckt mal, was sind denn die größten Gründe der Abweichung, also arbeitet mit Lost Trees, mit Verlustbäumen, dass ihr mal so die größten drei, vier, fünf Themenfelder herauskristallisieren könnt und dann konzentriert euch auf die Großen und manchmal seid ihr überrascht, dass vielleicht die Punkte, die in der Organisation immer wieder hochgehalten werden, gar nicht so relevant sind. Ich mache mal ein Beispiel, vielleicht denkt man immer, ich habe permanent Customer Service, Warenverfügbarkeitsprobleme und das ist der O-Ton, der im Vertrieb überall vorherrscht und vielleicht auch im Management, wenn ihr aber reinguckt, liegt es vielleicht eher dran, dass die Produktion nicht das produziert, was geplant wird, dass die Verlanten nicht so performen wie geplant, dass der Forecast absolut grau und rüben ist für die Neuprodukte, was auch immer, also guckt auf diese Lost Trees, mancher müsste dort mit Annahmen arbeiten, oftmals kriegt ihr aber auch die Details raus, wenn ihr in die Details reinzoomt und die Analysen macht und die Daten erhebt. Dritter Punkt, auch schon viel darüber gesprochen, absolut basic und ich sehe das hinten und vorne nicht funktionieren, auch in Großunternehmen oftmals nicht, definiert einen robusten und ganz klar eingehaltenen Planungszyklus, also zum Beispiel, ich kenne das einen Weekly Planning Cycle, dass man wöchentlich, Montag bis Freitag, immer die gleiche Abfolge hat, als Beispiel, montags mache ich meine Mittelfristplanung und dienstags finalisiere ich die, Dienstagnachmittag, Mittwoch mache ich meine Feinplanung in der Produktion, Donnerstag mache ich meine Rohpackmaterialabrufe, meine Handelswarenbestellungen und freitags habe ich eigentlich gar keine Planungsaktivität, da kann ich dann im Projektmanagement und so weiter kommen, als Beispiel, oder Master Data Corrections und so, Demand Planning ist dann eher, kann tagtäglich stattfinden, aber ich übergebe nur zum Beispiel einmal die Woche den Bedarf Richtung Supply und synchronisiere dann meine Supply-Thing für die nächsten 18, 24 Monate neu, dann gibt es darüber vielleicht noch einen monatlichen Prozess, das sind dann die SNOP-IBP-Planungsprozesse, aber definiert das und haltet euch dran, guckt, dass die Reihenfolge stimmt, oftmals ist es ein Chaos und man wundert sich, warum meine Lieferanten falsche Zahlen haben, die sich schon wieder geändert haben, im Vergleich zu was die Produktion eigentlich verwendet und und und, weil ich einfach in der völligen falschen Reihenfolge, weil die Mitarbeiter sich auch zum Teil nicht dran halten, das vielleicht nicht mal wissen, in der falschen Reihenfolge Daten abziehe, ohne dass sie schon bestätigt sind von der Vorgänger, sag ich mal, Planungsfunktion. Vierter Punkt, auch essentiell, aber auch das sehe ich nicht gut und da rede ich noch nicht mal über Multi-Echolon und solche verrückten Sachen, berechnet eure Sicherheitsbestände, Produktionszyklen, Abrufzyklen, Losgrößen, Bestelllosgrößen, Fertigungslosgrößen, was auch immer, berechnet die mit Modellen, versucht verschiedene Formeln anzuwenden, wiegt die gegeneinander ab, welche macht am meisten, ist es eine Cycle-Based Formula, ist es eine Reorder Point Formel, was auch immer, ja, beim Sicherheitsbestand, guckt euch alles an, wenn ihr keine Tools habt, dann baut euch eine Excel-Tabelle, was auch immer, um das sauber zu rechnen, aber habt eine Logik, kennt die Parameter, tweakt die Parameter und nicht einfach nur Bestände hoch runter, Losgrößen hoch runter, Produktionsfrequenzen, Orderfrequenzen hoch runter setzen, bestenfalls macht ihr das noch dynamisch, und dynamisch mache ich, ihr definiert zum Beispiel, bleiben beim Sicherheitsbestand, das ist für mich am einfachsten zu erklären, ihr sagt, ich möchte so und so viele Tage Reichweite haben, ausgerechnet beim Sicherheitsbestand, mit denen, den Parametern und Annahmen, und dann setze ich das in Tage oder Wochen in manchen anderen Industrien und dann je nachdem, wie mein Absatzplan, mein Vorkast sich verändert, geht natürlich der Sicherheitsbestand nach oben oder nach unten, das meine ich mit dynamisch. Fünfter Punkt, verwendet Segmentierungen, und da könnt ihr ganz klassisch, ich weiß, viele Thought Leaders sagen jetzt, ah, das ist nicht mehr richtig und so weiter, A, B, C, X, Observe und Z, nach Volumen, Umsatz, was auch immer, es ist besser, als dass ihr gar nicht segmentiert, meiner Meinung nach, vor allem, wenn ihr keine super verrückten Systeme habt, die jeden Artikel im Detail sauber automatisch durchplanen können, ihr könnt dort auch Risikoeinschätzungen, Business Prioritäten, was auch immer nehmen, wenn ihr nicht Volumen oder Absatz, oder Umsatz zum Beispiel nehmen wollt, für die Segmentierung, aber segmentiert und unterscheidet dadurch, welche Artikel ihr manueller betreut, welche ihr systembasiert laufen lasst, wie ihr die Ziele setzt, welche Artikel in höheren Servicelevel, niedrigeren Servicelevel, was auch immer erfahren sollten, höhere Produktionsliefergenauigkeit, niedriger Produktionsliefergenauigkeit. Sechster Punkt, Absatzplanung, Demandplanning, auch da höre ich immer wieder, und das verstehe ich mittlerweile auch, die ganzen alten Kennzahlen, wie mir Absatzplanggenauigkeit, so Forecast Securities und Summen ist, mit MAPI, Mean Average Percent Error zum Beispiel, oder diese COV, Coefficiency of Variance Analysen, dass sie nicht gut sind, und man nicht den verwenden sollte, aber, wenn man die nicht verwendet, dann wird es so schnell, so komplex, und man hängt schon so immer alle, nicht Supply Chain Leute ab, wenn man über Supply Chain Themen redet, ich sage immer noch, MAPI, COV, etc., verwendet doch erst mal das, versteht das, das ist okay, um das zu verwenden, und erst wenn ihr einen richtig krassen Reifegrad habt, und richtig gute Data Leute, die Mahnpläner habt, die wirklich ganz modern, ganz gut auch mathematisch, statistisch und so ausgebildet sind, dann geht auf die neueren, komplexeren Methoden, oder mischt, mischt alles, also messt Accuracy, Bias mit den alten Methoden, wie MAPI und so weiter, und erst dann geht auf die moderne Methoden, sonst verliert ihr euch, und ihr verliert vor allem alles, der E-Coder, keiner versteht es mehr. Und der letzte Punkt, vielleicht noch zum Punkt 6, bei Demandplanning, was ich immer wieder sehe, gerade wenn ihr Innovationszyklen, Relaunchzyklen habt, trackt, oder messt eure Neuprodukte, NPDs, NPIs, New Product Introductions, New Product Developments, messt das regelmäßig, besprecht es regelmäßig in den SNOP, IPP Meetings, denn dort habt ihr krasse Abweichungen, und setzt Annahmen, also ihr werdet jetzt nicht einfach nur erzwingen können, einen besseren Forecast oder so, setzt die richtigen Annahmen, und dann lasst einfach mal den Absatzplan laufen, und guckt, wie es historisch entwickelt, und produziert auch mal vielleicht ein bisschen vor, guckt, dass ihr ein bisschen Agilität in Lieferkette habt, was auch immer richtig ist für eure Industrie, aber trackt das, und setzt die richtigen Annahmen, cross-functional oder funktionsübergreifend, sorry, dass ich immer Englisch-Deutsch mische, so bleibchen, ist einfach ein internationales Umfeld, oder fällt, und das ist ganz schwierig, nur Deutsch zu sprechen. Siebter Punkt, auch schon viel drüber gesprochen, ich habe es hier mal, ich lese mal den englischen Punkt vor, ensure professional role design, damit meine ich, ganz klar, definiert die Planungsrollen sauber, klar, je kleiner euer Unternehmen, eure Organisation ist, das schwieriger wird es umzusetzen, aber wenn ihr so ein bisschen, wenn ihr einige Leute in der Supply Chain habt, dann schaut, dass ihr Demandplanning, Supplyplanning nicht mischt, das sind komplett andere Professionen, Demandplaner müssen sich um die Absatzpläne kümmern, müssen den Markt verstehen, Vertrieb, Marketing sehr stark verstehen, den Go-to-Market-Teil, Supplyplaner müssen eher den Einkauf, die Herstellung, Produktion, Logistik verstehen, die Machbarkeiten, und die ganze Lieferkettenkomplexität, das ist sehr einfach geblieben, dann gibt es aber noch Deployment, Replenishment Planner, wie ihr auch immer das nennen wollt, viele andere Sachen, unterscheidet auch, habe ich auch schon darüber gesprochen, je nach Eingruppierung, Bezahlung und so weiter, zwischen Disponenten, Planern, Lead Planern und so weiter, um es ein bisschen abzustufen, auch Quereinsteigern mal die Möglichkeit zu ermöglichen, in die Planung zu kommen und so weiter. Achter Punkt, drittletzer Punkt, Training, 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 das kommt ein bisschen auf die BLN Scorecard zurück, weil eben Planung lernt man nicht in der Schule, kein Supply Planning, kein Demand Planning, nichts, lernt man in der Schule, nicht im Studium, und schaut, dass ihr interne Trainings aufbaut, dass ihr, auch wie wir es hier machen, Podcasts, YouTube, Decreed Learning Platforms, dass ihr Masterclasses bei irgendwelchen kleineren Consultancies, Schulungsanbietern nutzt, und euren Mitarbeitern anbietet, für euch selber natürlich auch macht, und bildet euch zu guten Planern und Planerinnen aus, ultra wichtig, wie oft sehe ich Leute, die irgendwo die besten Produktionsmitarbeiter werden, auf einem Produktionsplaner, Bullshit, bildet sie aus, bildet sie aus, ja, neunter Punkt, vorletzter Punkt, Maturity Assessments, Minimum Manager Standard Assessments, also, guckt immer mal wieder, das könnt ihr euch einkaufen, da gibt es Gardner, SNOP Assessment Modelle, die 5 Stages, glaube ich, sind das, die Maturity Stages von SNOP, ich war letztens in Brüssel, bei der neuen Buchveröffentlichung von Bram des Met, Rethinking Supply Chain, kann ich nur empfehlen, werde ich später mal noch ein paar Beiträge zu machen, der hat das Modell jetzt auf 8 Stufen erweitert, weil er eben sagt, wenn sich jemand auf Stufe 2, 3 einstuft, dann denkt jeder, das ist ja gar nicht schlecht, aber wenn du es auf 8 erhöhst, dann ist es ein bisschen, auf Englisch klingt es ein bisschen besser embarrassing, also ein bisschen erschreckend, sage ich mal, und ernüchternd auch, ich bin aber gar nicht so gut eingestuft, ich soll vielleicht noch andere Reife gerade mit der heutigen Möglichkeit Technologie und so weiter erreichen, aber man muss es jetzt gar nicht nur auf SNOP beziehen, prüft eure Planungsprozesse, eure, wie ihr Handelswaren, Rohpackmaterialien bestellt, wie ihr Absatzplanung macht, wie ihr SNOP macht, wie ihr generell zwischen den Planungsfunktionen zusammenarbeitet, und da geht es dann auch um People-Themen und Meeting-Themen, um System-Themen, um Prozess-Themen, macht euch eure eigenen Fragenkataloge, wertet das aus, und so Spinnennetzdiagramme etc., und leitet eure Maßnahmen ab, die dann auch wieder da in der Balance-Scorecard, dann in der Regel auch wieder in der Prozess-Tool-Ecke und so landen, wo ihr Verbesserungsmaßnahmen ableiten soll, Tools verbessern, Tools einführen, Gaps-Lücken schließen, die ihr dort identifiziert. Macht das regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, um auch den Fortschritt zu messen, das ist manchmal ein besserer Fortschritt, als jetzt irgendwelche Kennzahlen einfach, dass die schöner aussehen. Und natürlich macht Self-Assessments, dann prüft es ein bisschen, je größer die Orga ist, mit einem zentralen Planning-Excellence-Team, ihr könnt auch mal eine Beratung reinholen, das ist dann oft gar nicht so teuer, um so ein Assessment zu machen, dann habt ihr nochmal eine neutrale Plattform und kriegt vielleicht auch nochmal ein bisschen Inputs. Aber Achtung, Consultancies, die verkaufen euch dann immer Riesenprogramme, müsst ihr gucken, wie weit ihr erstmal intern kommt, das wäre jetzt mein Vorschlag. Letzter Punkt, zehnder Punkt für heute, für diese Must-Do's, Must-Have, um ein guter Supply Chain Leader zu sein, und dann auf die modernen, zukünftigen Dinge zu gehen. Ich glaube, das könnt ihr euch jetzt vorstellen, S&OP, IBP. Schaut, dass ihr monatliche S&OP Sales and Operations Planning Prozesse habt. Ja, auch da Basics, fangt mit Volumen, Volumen im Demand, Volumen auf der Supply-Seite an, dann schaut, dass ihr das auf Value kriegt, in Euro, in Franken, in Dollar, was auch immer eure Währung ist im Unternehmen und dann im nächsten Schritt, erst im nächsten Schritt, wenn ihr das habt, guckt, dass ihr das irgendwie mit den jährlichen finanziellen FP&A-Budget-Zyklen und so weiter zusammenbekommt und dann nicht immer so diese Parallelplanungsprozesse habt. Genau, das sind die Basics, die ich euch mitgeben wollte. Ich hoffe, ihr habt da was mitgenommen und zu guter Letzt, kleine Eigenwerbung. Supply Chain Icebreakers, deine Lieferkette Icebreakers, neues Kartendeck, jetzt auf Amazon verfügbar. Verschicke ich auch selber von zu Hause aus. 72 Fragen, die euch in Team-Meeting, Seminaren, Workshops helfen können. Drei Kategorien, Trade-off, Insights und What-If. Alles im Supply Chain und berufsbezogenen Kontext und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere Interesse zeigt und schaut euch das auch mal an. Ich glaube, das ist noch ein cooles Tool, was der ein oder anderen von euch helfen kann. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wie immer. Lasst ein Like da, teilt das Video, teilt den Podcast, bewertet den Podcast, würde mich sehr freuen, kommentiert und ich freue mich, euch im nächsten Video oder Podcast wieder zu begrüßen. Tschüss.